Musik Im Prinzip geht es uns darum, einen Rahmen zu schaffen, wo sich Menschen begegnen können, wo man einfach mal Wirtschaft und Leben aus ganz anderen Perspektiven sieht. Der Leitspruch ein bisschen dahinter ist Andersdenken, Rauchzeichen. Wir sind ein Rauchzeichen aus von Menschen, die Wirtschaft anders denken. Das heißt, wir suchen auch immer Menschen, die was für den traditionellen kapitalistischen Zugang ein bisschen anders neu interpretieren, neue Werte mit reinbringen ins Tun. Ich finde es super cool, dass man andere Leute kennenlernt, die auch kreativ sind, die was gemacht haben, die was auf Taxen stehen. Also ich hoffe, jeden Menschen was mitnehmen und es hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe mich heute öffnen dürfen vor einigen Menschen und zwar mit allem, was ich mache in meinem Leben. Also nicht nur Fotografie, Videografie, Sprechen, sondern auch mit meiner Musik. Und das einmal zu verbinden in einem Event ist absolut wundervoll, weil das mache ich nie. Ich werde vom heutigen Abend auf jeden Fall mitnehmen, dass es extrem wichtig ist, mit anderen Leuten zu netzwerken. Es ist cool zu sehen, dass es viele andere Leute auch noch gibt, die, was eigentlich jetzt speziell auch wenn es wirtschaftstechnisch in den letzten Jahren ein bisschen schwieriger war, die, die auch etwas Neues verfolgen und ein bisschen einen anderen Weg gehen. Grundsätzlich ist es super spannend, erstens die ganzen verschiedenen Eindrücke zu sehen, die ganzen verschiedenen Sichtweisen für die Menschen und auch wie sie den Erfolg geschafft haben. Ich glaube, das kann auch noch inspirieren. Ich bin jetzt seit 25 Jahren selbstständig und um da wieder neue Motivation zu kriegen, helfen solche Abende schon extrem gut. Ich würde mal sagen, das ist einfach der Spirit, den alle drei jetzt mitgenommen haben oder mitgegeben haben, besser gesagt, einfach gewaltig. Dass sich selbst reflektieren, was mache ich gut, was mache ich nicht gut und einmal ehrlich reden. Ehrlich, wo drückt es, was habe ich falsch gemacht, was mache ich richtig und das ist genau das, was cool ist. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.